Garns, schön, dass ihr den Weg trotz der Sperrung und alles hier zu uns nach Garns zum großen Montag geschafft habt. Ein toller Abschluss zu der Saison, denke ich immer, werden wir jetzt für heute Nachmittag in der Stadt alle zu Garns zusammen feiern. Ein ganz kurzer Info zum Ablauf. Ungefähr in 10 Minuten fangen wir mit einem kleinen Programm immer mal zwischendurch an. Wir werden dann weitermachen, um euch ein bisschen zu zeigen, was unsere Garns verriechen und so weiter. Die Saison heute uns hier im Kampel schon präsentiert hat. Und bis dahin wünsche ich erstmal viel Spaß und Garns! Und bis dahin wünsche ich noch viel Spaß und Garns.